so da waren drei die ohr drei jemanden oder wahnsinn waren der mann den baden was soll man die holz und da ist ja doch den körper gebrauchen holz haben auch dabei gut ist dann gehen wir nämlich mal runter so und dann können wir hier uns crafting table hinstellen ich hin nicht wegschmeißen soll hinstellen so und dann können wir mal gucken wie war das hier mit sohn 16 stück ich glaube das reicht das reicht von jans ok türen mal so ne ja oder gibt es drei stück boah wie geil ist das denn wir brauchen nur zwei warte mal die tür weg danke ok dann hätten wir hier auf jeden fall schon mal sowas oder nee das ist doof das machen wieder weg ich habe eine andere idee der hat immer muss die axt jetzt haben die axt haus gelassen wenn man nämlich jetzt hier einfach sagen wir machen hier so eine umrandung weg mal mit dir so so ne und den turm rum tuk 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 warum geht das nicht warum geht das nicht warum geht das nicht müssen wir den von hier setzen nee das verstehe ich jetzt nicht warum der hier nicht dran will so so da haben wir doch da müssen wir noch hier die türen rausnehmen das wäre natürlich jetzt allerdings besser aber so ok wir sollten jetzt vielleicht noch mal besser ins haus gehen schlafen bevor gleich wieder ein von den dassel kriegen gute nacht so dann warte mal ach da ist ja läuft wieder supi gut hier jetzt so ja wir sind vom skelett erschossen haben wir schon gemerkt so scheiß skeletten skelettos warte mal warte mal warte mal warte mal 20 mal die juli die nehmen wir jetzt mal mit so ist nicht dein ernst was machst du da oben drauf das hast du davon kollege ich glaube dazu wohl nicht ganz zauber text war kleiner spattel sonst wollen wir hier schön boden rein da ist zwar jetzt nicht groß der turm aber wir brauchen jetzt noch ein bisschen diorit dann setzen wir nämlich die türen rein einmal und zweimal perfekt perfekt sehr schön so müssen wir so ein bisschen diorit uns besorgen 30 buchsteine das wollen wir erstmal hier noch ein bisschen den turm höher und dann machen wir ein paar schöne fenster also so links hier gitarre ein so das ist natürlich eine tolle idee hier und ich hatte 64 zack wir müssen ja gleich wieder herunter da tut bestimmt weh machen wir schon so jetzt absturz cool sonst können wir hier eigentlich möchte jetzt wegschlagen passiert damit das geht okay dann könnte man hier und mir den stein hinsetzen und da war man geht das scheiße aber das scheiße geht gar nicht da müssen wir ein bisschen warten wir müssen jetzt erst mal noch ein bisschen diorit abbauen ich sehe ihn schon und steine kann man direkt auch ein paar mitnehmen wir haben ja nicht mehr so viele doch haben noch genug aber so haben wir sieben sieben stück ok reicht das für uns reicht dann wir müssen wir gucken jetzt gehen wir mal jetzt gehen wir noch mal rüber und gucken ob das reicht mit sieben so gedriggelt gedrödelt komm herr weg zack okay das passt ja ganz genau wow okay wo haben wir denn den crafting table so den müssen wir jetzt wieder hier hinstellen und dann brauche ich zwei platten gut so haben wir das auch dann könnte man den ich noch ein bisschen hochziehen und dann machen wir einfach so machen dann geht ein das gleiche machen wir dann hier ungefähr zwei pfeiler lassen cool das wird richtig cool so dann können wir das hinterher hier oben machen so wir müssen aber noch ein bisschen kohle aber ich würde sagen wir bauen jetzt erstmal hier ein bisschen rein so das haben wir haben wir erde hier haben wir erde so haben wir erde so so okay dann werden wir jetzt hier ein bisschen bauen nach oben und dann können wir immer noch gitter machen so kleinen aussichtsturm hier dann können wir uns um sagen so ein rundum geländer bauen damit wir dann auch alles beobachten können das ist bestimmt cool und vielleicht auf der anderen seite auch noch mal schauen wir mal wir müssen gleich mal ein bisschen erde aufstocken sonst stürzen wir hier zu tief wenn wir hier runter wollen wo wir haben keinen wo die steine gehen mehr weg oder schneller weg als ich gedacht hätte okay okay so 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 müssen wir gucken wie wir das machen mit einer treppe hier rauf was war das denn kollege das ist aber kacka so zuck 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 wir können noch ein bisschen höher machen wir mal zwei hoch immer okay zack nur nicht abstürzen okay das sieht glaube ich gar nicht so übel aus was wir hier machen wenn wir das dann warte mal nehmen wir den 64er block noch soweit wie möglich schaffen geile aussicht das wird mal richtig cool okay sind wir erstmal gucken stark so jetzt gehen wir erstmal hier runter und los geht's alles mit raus hier nicht schlecht aber der könnte noch ein bisschen höher werden ja ein bisschen können wir noch definitiv ja das gefällt mir so das sieht cool aus müssen wir gucken wie wir das mit einer treppe oder wir machen eine leiter hoch bin ich mir noch nicht so ganz sicher wäre natürlich gar nicht so schlecht mit einer treppe wir machen glaube ich noch eine so ja das gefällt mir auch ja das wird bestimmt richtig cool dann schön beleuchtung rein zack dann haben wir hier einen geilen ton und hier könnte man auch noch ein bisschen was machen ich habe ich hier haben wir hier angefangen ein und ein frei und da ein hin und da hin und da hin so zack so machen wir ja ne ist klar so so haben wir das auch wow coole kiste so das ist schon mal schick dann würde ich sagen ich gehe jetzt erstmal ins haus wir müssen nämlich noch ein paar fackeln machen und dann mache ich ein kleines pöschchen das wird cool das wird cool kinder ist das wird richtig cool so dann machen wir das kleines pöschchen hier erst mal jetzt und dann sehen wir uns schön wird das und dann sehen wir uns dann in der nächsten folge minecraft wieder dann bauen wir hier den ersten ton mal schon mal zumindest außen soweit fertig und vielleicht dann auf die andere seite auch noch ein wir gucken mal gut da bedanke ich mich ganz herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal auch wieder einschaltet bis dahin tschüss jakowski meine freunde bis dahin tschüss